Schnee. Überall Schnee, in Innsbruck und ich kann kein Ski fahren. So, ihr seht, Innsbruck versinkt im Schnee, das heißt für mich als Flachland Tiroler die wichtigste Mission, das Winter steht an, Skifahren lernen. Das kann ich bis dato nämlich überhaupt gar nicht und deswegen mache ich mich jetzt erst mal auf die Suche nach einer vernünftigen Skischule. Jo, genau, ich rufe an wegen dem Skikurs. Ja, den dreitägigen. Ne, ganz blutiger Anfänger. Auf geht's. Tau an, ist's? Anfänger am nächsten Mal. Das war's. Herzlich Willkommen, ich bin von der Skischolée Innsbruck, heisst Toni. Auf geht's, geht was vom Rift. Ich bin von der Skischolée Innsbruck. Ich bin von der Skischolöse in die Skischolöse in der Skischolöse. Ich bin von der Skischolöse in der Skischolöse. Bis zum nächsten Mal. So, nach drei Skikurstagen mit Toni und zwei Trainingstagen an der Mutterheim und im Schlick 2000 sind wir jetzt oben an der blauen Piste der Familienabfahrt vom Patschakofel. Das erste Mal Skifahren mit Spaß und nicht nur mit Lernen und ich würde mal sagen Hals- und Beinbruch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020